Alter 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 war das knapp Ja hallo und herzlich willkommen zu Splag ja ich bin auf die Hive und den Modus Splag Ich spiel das erste Mal das Spiel Alter was geht hier ab? Oh ja ich hab nicht runterfallen glaube ich hab das Buch gelesen Ich hab nicht runterfallen Komm fall 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 Scheiß Alter fliegt fliegt Nicht runterfliegt nicht runterfliegen Wow 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 das ist geil Das ist sehr geil Ja den haben wir hier runtergestoßen Alter 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 war das knapp Ja das ist auch untergefallen Es sind nur drei Leute hier Oh scheiße oh scheiße oh scheiße Ja der ist weg Ja nein einer ist noch da Einer einziger Ich bin gefallen Oh das Wie kommt ihr hier her Oh man kann platzen platzen Komm 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 Stimm Fall fall Nein Und scheiße Ich bin gefallen Naja kann mal besinnt mich Das war aber das erste Spiel Also was glaube ich gar nicht so schlecht So ähm ja ich häng jetzt noch mehr runter dran Tschüss Ja ich bin hier zurück zu Splack Und ich finde das ja war ja extrem lustig die vorgerunde ist ein zweiter geworden Wenn ich mich nicht täusche Es ist ein zweiter geworden Das war glaube ich gar nicht zu schlecht Wo 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 Ich hab meine Sichtweite als Koffer gestellt Huuu das ist wirklich nicht Das wäre ich fast da reingelaufen Komm weg mit dir weg mit dir Nein Ah da ich habe mir gerade vorher Nein 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 Der will nicht fallen Der will nicht fallen Komm fall Ja Sehr gut Wir haben mich jetzt in Fall gebracht So dann snipen wir hier mal drüber Der schießt jetzt zu mir her Der hier auch Alter Alter Ne Alter wenn die jetzt hier einen Block auflösen Ich sofort im Arsch Ich muss mich hier machen Ich muss mich hier mal Nein Und da fangen wir doch Ja Wenig mal ein schnelles Ende Ich bin noch eine Runde dann Weil Ich finde den Spielmodus wäre so geil Ja gut Bis zur nächsten Runde Tschüss So wir sind hier zunächst eine Runde Ich glaube das ist die vierte Und Ja Wir haben den Folgenrunden doch relativ gut abgeschnitten Ja Ja Nein 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 Ja Das war ja die fehlende Runde Von Irgendwie hier Ich dachte ja alter Der Berg ist nicht Ich kann nicht so schnell wegschießen Naja Ich glaube eine Runde kommt noch Und dann war es das Mit mir Dann kommen wir hier Und ja Tschüss So wir sind hier der letzten Runde Splag Und ich hoffe Diesmal geht alles gut Und wir könnten das endlich mal gewinnen Würde mich echt freuen So wir zerlegen hier auch mal alles So wir zerlegen hier auch mal alles So wir zerlegen hier auch mal alles Aber wir müssen aufpassen dass uns hier keiner zerlegt Das wäre ja nämlich relativ unpraktisch Das wäre ja nämlich relativ unpraktisch Wir haben noch keinen einzigen bisher erwischt So Nein ich bin gestorben Ja okay das war jetzt Eine sehr schlechte Runde Aber Okay das war's für diese Aufnahme Ich hoffe es hat euch gefallen Bis zum Nächsten Mal Tschüss